Hallo. Hallo. Ah, du machst das zu unmotiviert, Nox. Ganz ehrlich. Warum? Ich bin so pennerst. Hallo. Wie so ein Assi-Kind. Ja. Mach mal. Also wie normal. Üb mal. Hallo. Nein. Hallo. Hallo. Ja. Das ist das mit dem unmotivierten Üben. Üben wir Silvester nochmal. Was denn? Ich bin froh, dass wir uns jetzt hier spielen können mit Tani. Herzlich willkommen hier mit Nox und Tani und mir, der Naika, bei Let's Play Minecraft. Wir waren letztes Mal hier die Farm anbauen. Wo wir eigentlich schon 45 Minuten überfällig sind. Ja. Ah, ist das lustig. Oh mein Gott. Das ist witzig. Ich konnte mich nämlich gerade nicht mit meinem normalen Passwort einloggen. So. Ähm. Ich wollte hier ein kleines Mini-Lager reinbauen. Deine Mutter ist ein Lager. Was? Tani, hast du noch Birkenholz zufällig in der Tasche? Sie ist hier... Doch, habe ich. Dann haut das mal hier in den Boden rein. Und der Nox baut mal ein paar Kisten. Oder guckt mal in der Kiste, ob da Kisten sind. Das sind bestimmt noch Kisten. So. Und das hier wird übrigens die Schafs haben, Nox. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Nox, ist heute als Gast dabei. War ja auch schon lange nicht mehr dabei. Nein, Nox, der ist nur so als Deko-Objekt. Ja. Genau. Ich stehe jetzt hier einfach um. Der sorgt für den männlichen Charme oder so ähnlich. Damit die Fangirls unter euch auch angesprochen werden. Dann kommst du... Ah! Nox! Also hier soll ein Lagerhaus rein, ne? Wollte jetzt aber was sagen. Ja, genau. Das wird ein Lagerhaus. Bau da mal ein paar Kisten rein. Aber... Ich denke, Naika, zu deinem Wohl werde ich das nicht sagen. Wollte ich gerade sagen. Nein, bitte nicht. Hä? Ich möchte noch, dass Nox Silvester kommt. Ach so. Ich verstehe schon. Was verstehst du? Sag nicht, dass du es verstehst. Sag nicht, dass du es gesehen hast. Oh, eine Grinze. Nein, scheiße. Bitte nicht. Ne, dann würde er ganz anders reagieren. Ja, genau. Dann würde er angeekelt von mir sein. Oder? Dann, jetzt möchte ich es wissen. Gibt es hier kein zweites Wasser? Ich denke, du solltest erst nach Silvester bitte gucken, ob du das irgendwo findest. Bitte. Ja, bitte. Tust du mir gefallen. Nach Silvester. Dann bist du abgehärtet. Okay. Okay. Ja, wir wollten gleich noch Schafe suchen, Noxi. Guck mal, ich habe so schöne Koppeln gebaut. Sind die nicht wunderhaft? Wunderhaft, ja. Aha, wunderhaft. Genau. Genau, hier kommt nur Wolle rein und ein bisschen Schafsfutter. Und hier wollte ich das und eine Schere reinlegen. Und dann sieht das so aus, als wir müssen hier noch Fackeln hinhängen. Achso, warte, ich habe doch welche. So. Die Wand wollte ich dann nicht nochmal voll klatschen. Nee, nee, das sieht gut aus so. Hast du gut gemacht. Und das lustige Sniper und ich komme auch gerade von der Aufnahme. Sie war heute ausnahmsweise bei Science Raw dabei. Oh. Mhm. Weil ich cool bin. Und mich überall reinlegen muss. Ja. Und dauernd sagen muss, ich kann nicht spielen, weißt du, weil du kannst wahrscheinlich besser nicht fliegen. Na, natürlich kann ich besser fliegen. Das will ich sehen. Kauf dir das Spiel. Naja, du kommst ja Silvester, dann bringst du dein Computer mit. Dann bring ich meinen höchstwahrscheinlich neuen Laptop mit. So. Mh. Hat jemand von euch... Du hast einen neuen Computer und einen neuen Laptop? Ja. Money. Das ist YouTube Money. Hat jemand... Ja, natürlich. Hat jemand von euch... Gibt keinen Cent auf YouTube. Hat, hat, hat jemand von... Hat... Hat jemand, ähm, Lockmittel für die Schafe dabei? Nein. Mh. Dann lass uns doch eben zurücklaufen und Lockmittel holen und dann... Folge mir, Nox. Ich hab die Minimap. Ja. Kannst auch mir folgen. Ich hab den Verstand. Ich weiß wohin. Ja, schon bist du aufgeschmissen. Was? Der Hund? Da. Aber Tannis Skin sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Ja, jetzt hab ich mir noch schnell einen Nikolaus Skin gemacht. War mal so frei. Ah. Den man überhaupt gar nicht sieht. Die Rüstung. Aber es ist drauf. Ich werde nachher mal mit mich nackisch machen, dann könnt ihr den auch sehen. Meinen tollen, weiblichen Nikolaus Skin. Alter. Wollt dich die Nika wieder? Oh, dieser... Ich will, dass dieser... Dieser rote Penis von unserem Dach verschwindet, ey. Der hat Tossi... Der hat sowas von gecheatet? Ja, ich schwöre. Der hat gecheatet. Wie ist denn der sonst aus Dach gekommen? Ja, weiß ich nicht. Tossi, wir finden das noch heraus. Ja, der Tossi, der kam ja auch mit drei Diamanten irgendwie. Nur weil er fünf Minuten alleine war. Wie wie der Operator rechte. Der hat... Nee, der hat gar keine. Was? Ich weiß nicht, wie... Der hat erstmal vier Diamanten, baut überall Redstone-Penisse hin. Was? Ja. Ja. Was steht da? Hier ist genau ein Weizen drin gewesen. Wir brauchen ein Seil. Guck mal in deine Mutterkiste. Ja, da könnte ganz viel sein. Oh, ich glaub, der Psy kommt. Da war gerade laut da unten. Im Hausflur. Nee, hier... Deine Mutter ist auch nichts. Seile können wir machen, glaube ich. Was brauchen wir nochmal zum Locken? Betreide, ne? Kann jemand gucken, wie wenn Seile funktionieren? Äh, Spinnenfäden und Schleimbälle. Haben wir Schleimbälle? Ja, aber wie... Genau. Ja, haben wir. Ich glaub, du musst die außen... Hä? Warum sind hier Zäune drin? Außenrum geht nicht. Habe ich schon gerade geguckt. Wolle. Wolle. Keine Ahnung. Nox, du bist das Brain. Was denn? Du hast doch Abi, du schaffst das. Was war denn die Frage? Äh, wie man Seile macht. Deswegen hast du keine Freundin. Das... 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 Nox, würdest du bitte einmal für mich gucken, wie man das macht? Und von daher hat dich noch weiter verärgert. Ja. Mein Handy hab ich jetzt auch gar nicht in der Nähe, ne? Ist doch da... Ach, was hast du schon gesagt? Man Seile macht? Ja. Ja. Du meinst, wie man eine Leine macht? Ja, genau. Von mir ist es auch so. Aha. Äh... Ähm... Oben und Mitte links. Und dann ganz in der Mitte kommt ein Schleimball. Also wie, überall links, äh, ein Seil hin. Nein. Geh doch die Reihe einfach von oben, von links nach rechts durch. Ja. Also. Von oben... Also erste Reihe, einmal Seil. Ja. Zweites Kästchen auch einmal Seil. Drittes leer. Da drunter die, ähm, äh, Zeile. Ja. Seil. Ein Schleimball. Äh, Lea. Mhm. Und die letzte Zeile. Lea. Nochmal Lea. Und ein Seil. Ah, danke. Gut. Geht doch. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich war eben noch geflasht. 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 So, zehn Seile. Gut, jetzt müssen wir nur noch Schafe finden. Und wir sollten vielleicht schlafen gehen. Ja, für ein paar von unseren Schafen. Das ist sowieso... Wir haben nur ein Schaf da hinten. Ah. Also wir sagen, wir nehmen ein paar von unseren Schafen mit. Huch. 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 Komm mal mit. Unser unfertiger Bahnhof. Ja, das ist unser Bahnhof. Ach stimmt. Ich erinnere mich. Jetzt haben wir mit Tosny hier den Tunnel gebaut. Huch. Ja, ab geht. Dann dürfen alle so wirst du dein Lätzchen beurteilen. Ne? Ja, du bist ja ein Schaf da auch im Kopf jetzt. Letztes Jahr, für meinen Hund, hatten wir so einen Nikolausanzug geholt. Ich wünschte, meine Mutter hätte den noch, dann hätte ich den für Jess genommen. Ey! Nein! Hilfe! Tani, da kommt ein neuer Waggon für dich. Hallo? Du Penis! Boah. Erstmal Kehl eingeben. Was na? Klappt ja so gut. Ich komme, Nox. Nein, Tani, mach's nicht. Tani, mach's nicht. Verdammt. Warte mal an. Dann mach ich das so wie das letzte Mal mit Nike, dass sie auf der Hälfte der Strecke das Kart wegfliegt. Mhm. Was war das gerade denn da? Ja, jetzt lass uns kommen. Ähm, ne. Jetzt kommt mit. Ach, ich bin da zu fett für die Tür. Hier, hör mal. Nimm mal, äh, Nox, nimm du mal ein paar Hunde von dir mit. Ich weiß nicht mal, welche Farbe die hatten. Die blauen im Lager. Blau. Boah, Zombie. Aha. Die wurden bei der Portierung zum Server, äh, äh... Halt verhalten. Erstmal dringend. So. Ich lieg im Bett. Kramp, meine Hundis. Ich zeig euch gleich meinen echten Hasen. Hm? Was? Nox, warum machst du sowas mit deinen Hunden? Na, okay. So, ich lieg auch im Bett. Mich auch. Dann ist jetzt morgens. Ah, Tani, du hast mein Bett mitgenommen. Oh, du solltest mal unsere Hütten hier einrichten, hör mal. Oh. Alter, das sind so viele Köter. Warum hast du mein Bett mitgenommen? Kriegst du gleich wieder? Hör mal auf hier! Was machst du denn? Der Kater? Ja. Und hier liegen Eier auf dem Schweinestall. Oh, die sind einfach viel zu viele Hühner. Eine Güte. Ähm, hatten wir nicht ein Schaf auch da hinten? Ja, ein einziges. Guckt mal mich an, mit meinen Hunden. Hahaha. Wie angerannt kommt. So. Ihr habt ein Schaf gefahren! Das Schaf folgt dir. Gut, wir müssen noch mehr Schafe finden, Nox. Da hinten ist eins, Tani. Hier. Das Problem ist, töten die nicht sofort Schafe? Die Kunde? Nö. Nein, nur als Wölfe. Guck, hier sind noch ganz viele. Die können wir alle mitnehmen. Gesundheit. Habt ihr das gehört? Bei der Kater, ne? Ja. Hier oben ist auch noch eins. Hier ist auch noch eins. Ich hab nur keine Leinen. Ich hab, äh, hier... Wo ist eins? Aussieht mit den ganzen Leinen. Ich weiß nicht, ob ich die Pferde eingefangen hab, ey. So. Dann, äh, guck mal, dass mir die Schafe nicht hops gehen. Tani? Ja? Du hast da ein paar Leinen verloren. Ja, du darfst nicht so schnell laufen. Am besten schleichen. Nimm die Leinen mal mit, Nox. Ich wollte dir die geben. Naika? Nimm die auch mit und nimm ein paar Schafe mit. Hä? Was, Naika? Also das mal selber zu machen, ne? Ach so. Ja, ist besser als Mildweizen, weil dann reagieren die nicht so drauf. Hier ist noch eins. Tani. Tani? Ja, ich muss hier erstmal rumkriechen. Ich bin ja nur grad im Kriegmodus. Nein, du bist. Dann krieg ich mal voran. Ich guck's das mal vor mir her, das Schaf. Überleg grad, welche Farbe zu tun. Willst du ein bisschen Weizen haben, Nox? Ne, da ist ja doch... Ja, kannst du mir ruhig geben. Hier. Da müssen wir, glaub ich, langen. Ne, das ist der Tunnel. Ne, wir müssen da langen. Überleg grad, welche von... In diese Richtung. Ja. Naja, du warst da richtig. Ich glaub, ich hab... Ich glaub, ich hab noch keinen Spawnpunkt gesetzt, weil irgendwie... Oder der ist geradeaus. Das kann natürlich auch sein. Die Hunde beschützt uns. Boah, da sind voll viele Schafe noch hier. Aber wir brauchen auch viele für die Farm. Und dann müssen wir noch eine Bahnstrecke da hinbauen. Warte, die Schafe hängen hier irgendwie ein bisschen am Baum. Achso, jetzt. Die Schafe ziehen mein Schaf mit. Das ist total unbeeindruckt von meinem Weizen. Das ist unbeeindruckt von dir. Ich würd mir mal Gedanken machen. Du hast jetzt Nox dem seine Gefühle verletzt. Nox dem seine Gefühle. Ja. Ja. Ich dachte, Nox hat gar keine Gefühle. Auch ein Nox hat Gefühle. Hast du Gefühle, Nox? Ja, genau, Tani. Die Hälfte fällt unten rein. Warte kurz. So, jetzt können die hochkrabbeln. Meine fallen auch alle unten rein. Kommt, Schafe, kommt. Ja. Eins ist da unten noch drin. Noch vier Jahre sind noch vier. Wieso hab ich den Spawnpunkt nicht aktiviert? Spawnpunkt nicht Waypoint. Ah. Huch. Und ihr schaltet wieder ein, wenn's wieder heißt, Kriechen mit Schafen. Außer Kriechen. Versuch, euch zu folgen. Achso. Rückwärts. Die ganzen Hunde versperren den Schafen im Weg. Irgendwann ist das Gefühl, wir gehen... oder ich zumindest gehe falsch. Ich glaub, wir müssen ein bisschen rechts gehen. Eigentlich müssten wir nur rechts gehen, oder? Warte mal, wo waren wir denn? Für eure Schafe zumindest. Ich kann mich nicht erinnern. Warte mal. Waypoints. Bahnhof, Dorf. Hä? Farm. Der ist on und der ist braun, aber irgendwie wird er mir nicht angezeigt. Ja. Ja.